Okay, versprochen, wenn man husten am Montag nicht... Nee, so fängst du gar nicht an. Doch, so fang ich an. Wenn man husten am Montag nicht weg ist, dann geh ich zum Arzt. 100%. Ja, gehst du dann am Montag zum Arzt? Nee, das ist nichts, wenn ich kann. Ich muss ja Dienstag streamen, Mittwoch. I'm hungry. Need me to. Oh, schon wieder Mord, Alter. Ach du Scheiße. So eine Scheiße. Das ist halt zu ist halt, was ich hier mache. Okay, ich versuche mal einen auf dem linken, weil auf dem linken schaffe ich keinen. Okay. Okay. Oh, schau. Nee. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss das jetzt hier und jetzt beenden. Ich würde sagen... Warum haben wir keinen 50-50-Joker? Ihr habt doch noch zwei. Wir haben noch Jokers. Aber die Joker nutzen wir erst ab der 2. Ich wollte einen 50-50-Joker haben. Wir machen einfach wieder 50-50. Wenn das jetzt wieder stimmt. Stein, Schere, Papier. Okay, nochmal. Du musst aber auch bei Papier musst du schon nicht danach erst. Ich habe extra da hingeguckt. Ja, aber trotzdem. Du musst den Takt schon treffen. Du weißt aber, ich habe kein Taktgefühl. Stein, Schere, Papier. Nochmal. Stein, Schere, Papier. Okay, du gewinnst. Nee, Jenny, das kann ich nicht machen. Das ist nicht was. Wie geil. Wir sagen zwei Terrence Hill. Sorry, aber das geht nicht. Also hä, du bestimmst jetzt einfach. Ja. Das ist ja dein Spiel. Ja, sehr gut. Ich hatte es auch im Hinterkopf. Bitte? Der Sohn ist er selbst. Der Sohn ist er selbst. Und außerdem, Kafka hat große Probleme mit seinem Vater gehabt, weil sein Vater fand das überhaupt nicht cool. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Jenny, wir stehen ja nicht jetzt da oben. Also ich hätte es auf jeden Fall, wenn wir die Fragen haben, hätte ich auf jeden Fall der Sohn genommen, weil er halt sich in den Käfer verwandelt. Wie geil ist das denn? Ich steh mir jetzt da. Werf hier oben in die beiden rechten Fenster. In die rechten? Beiden rechten, ja. LOL. Wow, Alter, Schweden, du hättest das aus meiner Perspektive sehen müssen. Die Godnade, ey. Okay, bitte klippen. Bitte klipp das bei mir. Klipp das, ja klipp das bitte wirklich. Klipp das. Zwei. Eins. Mon, KS. Woohoohoo. Party on, bitches. Wee. Alter, wie sieht es hier aus? Wee. Tot. Du bist hiermit begnadigt. Was passiert hier? Da steht ein Level 69er fucking Power Armor. Was zum fuck, Alter. Kann das einer klippen, bitte? Das ist das Bescheuertste, was ich jemals gesehen habe. Was passiert hier? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag an... Warte, ich muss die Stimme besser imitieren. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Und dann der erste Tag als Pokémon Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Äh, Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies die Liebes-Mail doch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Ich geh's dir mal vor, ja. Ich warte einfach bei Professor Eisner. Boah. Wie gefällt euch das, hm? Tiefer. Äh, das mag... Äh, das mögt ihr gar nicht. Äh, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Pikachu sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Songs aus allen Just Dance-Teilen. Aha. Geil, neues Artwork hab ich auch bekommen. Geht da richtig ab hier? Okay, weiter geht's. Oh yeah, da kann ich nochmal schnell weg. Ei. Okay. Ich hasse Gino, aber sag das bitte keinem, Gino ist ein richtig mieses Schwein. Wenn ich Gino noch einmal sehen muss, muss ich kotzen. Immer wenn ich ihn sehe, hasse ich mein Leben. Ich habe noch nie jemanden so sehr gehasst wie Gino. Ne, Gino, du musst aber mal dein... Das Trumbo-Horn ablegen. Und jetzt musst du zu Jens. So, das gucken wir uns aber in Zeitlupe an. Müssen wir genießen, Chat. So, so sieht's aus. Jens hat es sich noch einmal überlegt und bleibt doch. Ja. Das würde ich mir auch nochmal überlegen, ne? Wenn Gino so zwei, drei linke Haken auspackt, dann würde ich mir auch nochmal überlegen, ob ich nach Hause gehe. Oder ob ich vielleicht lieber hier bleibe, bei meinen Freunden.